und hallo und herzlich willkommen zurück bei she sees red ja wir machen jetzt den zweiten durchlauf und machen da jetzt wirklich alles komplett anders als wir es beim ersten durchlauf gemacht haben viel spaß das ist wenn ich jetzt nichts drücke geht er automatisch okay so Schuss! Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub wurde. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Wir haben uns gebeten, dass ein Mann in deinem Klub ist. Was bedeutet, Details? Ich habe fünf Jahre alt. Wenn was du sagen sagst, ist wahr? Warum würde jemanden diese Mann in deinem Klub verlassen? Ich bin glücklich. Ich bin wirklich der Mann in deinem Klub? Ich bin wirklich der Mann in deinem Klub. Sie denken, dass ich ein Mann in deinem Klub ist? Was ist das? Ist das nicht wahr? Ein Typ, der hinterlässt die Schäden. Du sagst mir, dass ich meinen Anwältern sollte? Nein, noch nicht. Aber du könntest auf seine Presse. Es beginnt zu verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wahrscheinlich, wo er den Körper schloss. Er hat Angst, dass du ihn nicht entdeckst. Ich weiß ihn nicht. Dann gehen wir den Bredkrumm. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Meine Damen und Herren, ich würde ihn nicht gehen ohne einen Krieg. Uh-huh. What? Was ist all this cheap crap they store? Hey, you wait knife Hey, what do you think you're doing? Water Hey, you wait What's this mess here, huh? Pretty classic distraction Your guest spilled a bottle of water And while the guard was busy cleaning up He snuck right behind his back You think it was a guard? It could have been any of the staff Look carefully at the floor Do you see how thoroughly it's been cleaned? Even the walls and corners are dry I highly doubt that your cleaner is usually so diligent Someone was watching him Who would intimidate him other than a security guard? Clean this up Mr. Suhanov Maybe you should consider getting a better guard Ready for more? I can't wait to find out What other tricks this mysterious guest has Wait, you idiot Can you tell it's not ready yet? We have to go We have to go Let's lock down Before we go We have to go Just put this Click fernkraft Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, fuck. Hey, buddy. Do me a favor. Hand me the screwdriver. Okay. Yeah. Got it? You got it, bud? Uh-huh. Thanks a lot. About an hour ago. I'd say 30 minutes, no more. Mr. Sukhanov. Mr. Sukhanov. I remember he had a tattoo on his neck. Some sort of Chinese writing, I don't know. Mr. Sukhanov. Do you know anybody with a tattoo like that? I don't. I don't. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. I don't know anybody with a tattoo like that. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wir müssen wahrscheinlich zurückkommen. Es gibt nur einen Weg aus hier. Durch die Warehouse. Auf diesem Bild, ein junger Mann steht neben Ihrer Frau. Wer ist er? Wie Sie sehen, meine Frau ist jung und schön. Sie sind immer noch ein paar Leute, die sie mit ihr. Ich brauche Sie, nachdem Sie die Stache beobachten. Sie halten die Bücher über alle ihre Stütze? Hey man, let's check. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Oh! Liliana's been in charge of the club. She's been the manager here for several months. Is she gonna need her phone number? There's no use. She's not answering anyway. Don't worry, we'll ask her about this newspaper clippings. When she calls back. Mr. Suhanov. I believe that the time has come for you to contact your lawyer. Hey boss, where's the gun? Get down! Away from the window! He's close by. He's close by. The blinds. Lock the door. He's close by. Who's coming through? Hey girl. Get back now. Andgel! Get out of here. Yea! Holy Glover! Our robbery Porque! Ich glaube, wir sollten jetzt ein Backup sein. Wir brauchen jetzt ein Backup. Wie viele? All of sie. Ich werde alles, was ich kann, mit meinem Macht und mehr. Aber ich werde den Bastard finden. Aber wir brauchen nicht ein Backup. Wo ist diese Rune? Es ist gut, dass du noch hier bist. Ich glaube, es ist eine schlechte Idee. Ich habe eine gute Idee, um zu machen. Würdest du lieber sein, dann? Alles klar? Ist das nicht so schlimm? Es ist nicht so schlimm. Was? Warte, bitte! Well, hello, asshole. Oh, my God. Oh, fuck. Huh. Oh, my God. 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 Oh, my God.